Ach ja, so eine leichte Sommerbrise, das ist schon was Feines. Wird aber aus der leichten Sommerbrise ein handfester Orkan, dann ist das zwar noch lange nicht das Ende der Welt, aber ganz bestimmt verdammt anstrengend. Vor allem dann, wenn die eigene Wagentür als Windfang dient und der Kollege schön die Kamera drauf hält. Doch zugegeben, der Kampfmann-Gegenwind ist auch für uns herzerfrischend. Oh, schau mal dann!